Ich male halt einfach die Leute. Das ist irgendwie meine Wunderwaffe. Ich male dich halt. Wenn ich gar keinen Plan habe, dann hole ich mir ein Bild von meiner Tochter, meine Muse und male die einfach. Fehlendes Abstraktionsvermögen. Das ist bis heute auch noch so. Also abstrahieren kann ich nicht besonders. Ich male halt immer das, was ich sehe. Am liebsten würde ich Bilder verkaufen dem Einkommen entsprechend. Also ich würde gerne, dass jeder eine Ribbe zu Hause hat, wenn es geht. Ich habe das Gefühl, die Kunst begleitet mich durch mein Leben und das wird einfach weiter so sein. Ich weiß, es geht nicht immer aufwärts. Ich weiß, es ist eine Achterbahn und trotzdem kann man damit alt werden, glaube ich.